In der heutigen digitalen Ära ist YouTube zu einem der prominentesten Unterhaltungs- und Informationskanäle geworden. Doch warum bevorzugen so viele Menschen stumpfen Inhalt gegenüber Wissensvermittlung? Lassen Sie uns eintauchen und diese faszinierende Dynamik erkunden. Unterhaltsamer Inhalt, sei es in Form von Comedy, Gaming oder viralen Challenges, bietet sofortige Befriedigung und Ablenkung. Es ist wie der Snack für das Gehirn, der keine Anstrengung erfordert. Plattformen wie YouTube belohnen oft Unterhaltung mit höheren Sichtbarkeitsraten und mehr Engagement. Die Algorithmen bevorzugen Inhalte, die die Zuschauer länger auf der Plattform halten, selbst wenn es bedeutet, dass sie weniger Bildung oder Information erhalten. Psychologen erklären diesen Trend durch die menschliche Neigung zu sofortiger Befriedigung und Unterhaltung. Wir sind biologisch darauf programmiert, kurzfristige Belohnungen zu bevorzugen, selbst wenn langfristige Vorteile möglicherweise wertvoller sind. Dennoch gibt es eine wachsende Gemeinschaft von Zuschauern, die nach Wissen und Bildung suchen. Sie schätzen Qualität, Relevanz und Tiefe in den Inhalten, die sie konsumieren. Wie also können Kanäle, die Wissen vermitteln, erfolgreich sein? Indem sie sich auf Qualität, Kreativität und Community-Interaktion konzentrieren. Sie können eine Nische finden, kreative Präsentationstechniken einsetzen und eine engagierte Community um ihren Kanal herum aufbauen. Letztendlich liegt es an uns als Zuschauer, unsere Sehgewohnheiten zu überdenken und bewusst Inhalte zu wählen, die uns nicht nur unterhalten, sondern auch bereichern und informieren. Denn am Ende des Tages ist das Streben nach Wissen eine Reise, die uns ständig wachsen und lernen lässt. Das ist das Streben nach Wissen, die uns nicht nur unterhalten, sondern auch bereichern.